Ihhhhhhhhh Muss ich... Das sind Blutegel und ich brauch den Saft von denen. Muss ich die ausdrücken? Ich krieg grad echt Gänsehaut vor Ekel Das ist ja biederlich. Alter. Alter. Ich kotze gleich. Voll die Tierquälerei. Das ist wieder erlaubt. Dafür boykottiert man das Spiel nicht. Wegen transfeindlichen Äußerungen. Aber nicht, weil man Blutegel ausgewrungen hat. Ja, eben. Bunny Express, du hast vollkommen recht. Eigentlich tun die einem voll leid. Es ist heiß, ne? Was, die kann die gleich schon essen, Toffee. Ja, dann guten Appetit wünsche ich dir. Hallo Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Ach, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Nö, dafür habe ich einen Blutegel für dich ausgewrungen. Hier, trink mal einen Schluck. Ja, und ich behalte es. Das wäre schon assi, ne? Aber irgendwie würde ich es schon behalten. Ja, komm. Ich bin nicht so ein Mensch. Wenn mich jemand um einen Gefallen bittet und ich sage, ich tue ihm, ihr, wie gesagt, diesen Gefallen, dann mache ich das auch. Und auch nicht für Geld oder sonst irgendwas. Ich sage dann einfach, ne? Ja, ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Ich mache immer gerne die Fresse auf und sage immer viel, dass ich jemanden kacke finde. Und das stimmt auch. Ich lästere jetzt in Zukunft einfach ganz, ganz oft hinter ihrem Rücken. Aber ich bin trotzdem auch so ein Mensch, der, wenn Gefallen getan werden, dass er sich nicht selbst daran bereichert. Ich bin so nicht. Das ist, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Entschuldigung. Geht nicht anders. Okay. Gut. Was machen wir als nächstes? Das war jetzt wieder eine Nebenquest. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in Richtung, was ist das denn hier eigentlich? Das ist nochmal eine Prüfung, Merlins. Oh, soll man da hingehen? Komm, dann gehen wir da hin. Juhu. Da treffen wir bestimmt wieder ganz, ganz viele tolle, tolle Sachen dazwischen, ne? Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Auf normal. Also auf dem zweithöchsten, wenn du so willst. Es gibt ja noch schwer. Aber eben auf normal gibt es für mich halt eben die angenehmste Herausforderung meistens im Spiel. Deswegen spiele ich eigentlich immer grundsätzlich erstmal auf normal. Und später, wenn ich dann mal ... Kann man die Schwierigkeit einstellen? Ja, kannst du. Von vornherein. Es gibt sogar zwei Schwierigkeitsstufen unter normal. Also einmal einfach und einmal Story. Also es gibt unter der einfachen Schwierigkeitsgrad eben nochmal die Möglichkeit überhaupt, da war ich glaube ich schon drin, ne? sogar quasi nur die Story mitzukriegen, was ich fast ein bisschen wenig finde. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich will natürlich jetzt nicht hingehen und einfach lästern oder sowas über alle diejenigen, die das halt eben ... Oh, ich hab'n Drop gekriegt. Ich kann ihn abholen. Yeah, abholen. Yeah. Ich hab'n Drop gekriegt. Wir haben einen Drop gekriegt. Wir haben einen Drop gekriegt. Wir haben einen Drop gekriegt. Das ist doch schon mal geil. So, warte. Genau, jetzt hab' ich Dragon-Eyed Spectacles hab' ich jetzt gekriegt. Dass ich spiele auf leicht und kack andauernd ab. Wie gesagt, ich will nie über niemanden lästern, aber ich find' normal ist immer eine gute Herausforderung, wenn man denn mal, ähm, ja eben ein bisschen Taktik und Strategie reinbringen will. Mach' ich ja eh schon kaum. Also ich greif' ja meistens normal an, sag' ich jetzt mal. Und, ähm, Strategie ist bei mir ja momentan noch nicht wirklich da. Wird's später bei den Bossgegnern wahrscheinlich ein bisschen mehr vonnöten sein. Eine Prüfung Merlins? Aber, ähm, eben. Ich denke, es ist am sinnvollsten, dass man sich auch mal ein bisschen die Zähne ausbeißen kann an gewissen Sachen. So, was muss ich jetzt hier machen? Ähm, okay, das ist Merlins Prüfung und, Alter. Oh, das mit dem Wasser sieht schön aus. Mit dem Licht. Oh, das sieht voll schön aus. Aber was muss ich hier machen? Muss ich da runterspringen? Muss ich sterben? Für diesen, für diese Quest? Muss ich zeigen, dass ich opferbereit bin? Ach, guck mal da. Was, ach, was mach' ich damit? Ach, das muss da runter, ne? Wahrscheinlich. Oh Gott. Kommt das auch mit? Oder ist das zu schwer? Bewegt sich gar nicht. Hä? Gut, das wird's nicht sein, ne? Kann ich ihn anschubst? Huch. Okay. Achtung, da unten! Da kommt gleich was! Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich exakt direkt an dem Loch vorbei rolle? Das Spiel ist mir heute nicht holt. Das Spiel ist mir heute nicht Richter Alexander holt. Ach Gott. Ernst gemeinte Frage, kann man sterben, wenn man von oben runterspringt? Oh, das weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Jetzt, ey. Yeah, nice. Yeah. Juhu. Merlin wäre stolz auf mich. Erst beim 15. Anlauf hab ich's geschafft. So hat Merlin auch gelernt damals. So. Natürlich auch immer looten, ne? Leute. Das ist wichtig. Loot tut gut und macht Mut. Für den sprechenden Hut. Ähm. Im Suppensud. Bevor mich trifft die Flut. Und ich dann koche vor Wut. Und mach dann eine richtig hässliche Schnut. Ach Gott. So, was mach ich als nächstes? Da war noch ein Fragezeichen hier. Ich hab da noch ein Fragezeichen gesehen. Da, was ist das? Handbuchseiten. Okay. Ach, die ist da irgendwo drinne in dem Haus? Okay, dann guck ich da nach. Wie. Wie. Leute, war mir nicht was Gutes. Oh Mann. Hey. Ich mach mit euch. Ich mach tolle, ich mach tolle, 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 tolle Reimwörter mit euch. Ich bin Matthias Reim. Ey. Ist das ein Plumpsklo? Oh. Leute, da kann man kacken. Oh, ich hab einen Kackpunkt gefunden. Oh, von den. Da ist ein kleines Fensterchen nach draußen, damit man lüften kann. Oh, das ist ja super. Du kannst, wahrscheinlich kann da draußen jemand stehen und mit dir reden beim Kacken. Oh, das, das finde ich jetzt aber sehr praktisch. Also, ich finde das schön, dass sie auch an solche Details gedacht haben im Spiel. Dass sie halt auch die Toiletten gezeigt haben, wie sie damals in Hogwarts gewesen sind. Wir wissen ja, dass Hogwarts auf einer wahren Begebenheit beruht. Ähm. So, wo ist jetzt diese Seite? Ich guck mich mal ein bisschen weiter um. Da ist nix. Hä? Bin ich jetzt doof? Warte mal, ich mach mal. Ach. Die ist direkt hinter mir. Ich hab sie nicht gesehen. Ein Satz Werkzeuge, die so kann man vermuten verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen. So groß, wie der Bewohner sie braucht. Bewohner. Okay, dann hätten wir das jetzt auch noch geschafft. Kamikaze, hallo. Revelio vielleicht. Ja, eben. Ich hatte es gerade nicht mehr im Kopf, dass ich das quasi eigentlich immer anwenden kann, wenn ich gerade mal irgendwie was sehen möchte oder sowas. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo einen Hinweis entdecke, aber... Ich hab's mir einfach gemacht. Nein, was ist das hier? Schatz-Gewölbe. Dann gehen wir da auch noch hin. Schatz, wie wär's, wenn wir zusammen in ein Gewölbe gehen und uns dort mal ein kleines bisschen intensiver unterhalten. Äh, ist hier ein Gegner? Äh, ist hier ein Gegner? Habe ich Schaden gekriegt? Doch, hier ist ein Gegner. Oh, ach der, der wehrt sich ja gar nicht. Was ist los mit dir? Voll das Opfer. Ey, du Opfer. Wer dich gefällig ist. Steckt der fest? Was ist los mit ihm? Der ist ja voll langweilig. Der hat einen Hutfallen. Sumpfkradler. Ah, das ist mit ihm los. Ne, was ist das? Ihhh, ihhh, die Zunge, Alter. Ihhh, ihhh. Uhhh, die nehme ich mir nächstes Mal mit, wenn ich das nächste Mal einen Blutegel ausquetsche. Was sagst du eigentlich dazu, dass man 95 Euro zahlen muss, wenn man sich vorerst nur die Standardversion geholt hat und dann doch das dunkle Künste-Set haben will? Okay, das ist heftig. Ich hätte gedacht, das wäre, gut, macht zumindest Sinn in der Hinsicht, dass man halt sagt, man will ja nicht, dass die Leute halt so easy das nachrüsten können, sondern dass es ein bisschen exklusiv sein soll. Äh, für diejenigen, die halt einfach, ähm, ja, sich entscheiden, das Spiel von vorne rein zu kaufen. Äh, also einerseits kann ich es verstehen, aber andererseits finde ich es doch ein bisschen arg teuer. Aber generell ist das Spiel auch ein bisschen teuer, finde ich. Äh. Jetzt? Äh. Macht das einen Unterschied, wie ich ihn drauflege, den Würfel? Oh, ich hab noch einen Drop gekriegt. Wir haben einen Drop gekriegt. Wir haben einen Drop gekriegt. Ich weiß nicht, was hab ich falsch gemacht? Feuer vielleicht? Achso, stimmt, weil dann Feuerzeichen drauf. Oh Gott, ich bin einfach zu doof für dieses Spiel. Leute, guckt woanders. Das ist ja grässlich. Ich bin zu doof für dieses Spiel. Wie lange hat es gedauert, bis ihr letztendlich gestartet habt? Es hat schon eine Weile gedauert. Also mindestens eine halbe Stunde saßen wir an den Einstellungen. Das hat heute wieder alles, alles nicht richtig gepasst. Oh, warte mal. Ich muss mich mal kurz umziehen, Leute. So, warte. Die sind besser. Gut. Die Brille war, glaube ich, auch besser, ne? Oh, die Maske. Oh, Alter. Guck mal, ich bin German. Let's play. Es sieht nicht ganz so aus wie bei ihm, aber ein bisschen ähnlich, oder? Jetzt sehe ich aus wie so ein richtiger Bösewicht. Habt ihr eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dass das Thema Bösewicht, also dass der Begriff Bösewicht, dass das eigentlich total niedlich klingt? So ein Wicht, weißt du, so ein Wichtel. Das klingt irgendwie zu niedlich. Dafür, dass die Böse sind? Warum sagt man denn eigentlich Bösewicht, wenn das so verniedlicht? Da ist nie was drin in den Krüben, ne? War gar nicht so lang, was? Ich sehe schon, wie du bald wieder mit einer schrecklichen Brille rumrennst. Hey, ich kann die ja wieder umändern. Ich weiß ja jetzt, wie das mit dem Design funktioniert. Guck mal, Fehler im Spiel. Das schwebt. Ey, das ist voll intelligent. Du musst immer so Spiele wie Hogwarts Legacy rausbringen. Du kannst immer sagen, wenn du sowas entdeckst, joa, das ist halt Magie. Das ist halt Zauberei. Das schwebt halt von Magie. Da ist irgendein Zauberer hingegangen und hat gesagt, ach komm, ich lasse das jetzt mal schweben. Und, ne? Ende. Ende im Gelände. Das ist eigentlich voll intelligent. Das finde ich echt gut. Liebe Entwickler da draußen, bringt immer nur noch Games mit magischem Flair raus. Okay, gut. Weiter im Text. Müssen wir nach Hogwarts? Das ist nämlich die nächste Hauptquest für uns. Ja, da müssen wir hin. In die Bibliothek. Schwebegras. Eine wichtige Zutat für Tränke. Ne, das ist ganz besonderes Marihuana. Davon wirst du ein High. Aber richtig High, weißt du? Noch Higher als sonst. Weißt du, wegen Schweben, weil du höher wirst. Marihuana wirst du noch High. Und bei diesem wirst du richtig High, weißt du? Toffi, nein. Okay. Toffi, bleibst du heute etwas länger wach und suchtest? Ich könnte rein theoretisch. Morgens ist ja Wochenende. Ich guck mal, wie die Zeit und die Motivation bei mir da ist. Püsst du. Die hat mich aggressiv gemacht, die Eule. Das Wort Bösewicht mag ich auch nicht so wirklich. Deswegen nehme ich lieber das englische Wort Villain. Ja, okay. Stimmt. Ist schon ein bisschen besser. Das stimmt, da hast du recht. Aber generell... Der Böse. Das Böse. Wie auch immer. Oh Gott, im Himmel. Das müssen wir uns jetzt angucken. Das ist wie... Das ist wie die Straßenkünstler, die immer einen vor das Auto rennen, wenn man eine rote Ampel hat. Und die dann anfangen irgendwie groß zu jonglieren, während du rote Ampeln hast. Und dann musst du dir nur noch Geld geben, weißt du? Oder die ungefragt eine Scheibe putzen. Nein, ich habe Scheibe gesagt, liebe Leute. Mit B, ihr Schweine. Ja, die ungefragt eure Scheibe putzen. Und dann sollst du dann auch noch Geld geben, weißt du? Wer dieses Wortlein spricht, ist selbst der Bösewicht. Ein böser Wicht auf jeden Fall. Was hat es mit dem Ding auf sich? Ach so! Die kann man ent... Die kann man flamen! Alter, wie cool! Das ist ja geil! Okay, das wusste ich nicht. Snooze-Button! Viel Spaß beim Selberspiel! Tina, hey! Wollt schon sagen. Einfach Scheibenwischer anmachen, wenn ich die Scheiben putzen. Nicht, dass die das noch anspornt. Weißt du, dann sind sie feucht und ziehen doch ihre Klamotten aus. Machen so eine halbe Piepshow beim Saubermachen. Da musst du wahrscheinlich noch mehr Geld geben. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlagzieger dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Ja, wahrscheinlich, weil er Lachlan heißt. Zu deutsch, Lachlan. Das ist halt schon auch echt witzig. Und bin ich gerade ins Mädchenklo gegangen? Ich bin gerade ins Mädchenklo gegangen. Ich bin ein Perverser. Aber da ist eine Truhe drin. Ich muss ins Mädchenklo gehen. Da ist eine Truhe drin. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Oh, diese Mädels heutzutage, ne? Unglaublich. Ich konnte nicht mal mehr spülen. Das ist ja widerlich. Weißt du, jetzt muss ich hier als Junge, muss hier reingehen und erst mal die ganzen Kackhaufen von den Mädels, alle erst mal wegspülen. Das ist echt widerlich. Boah. 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 Bitte. Wo ist das? Wo ist das? Igen, wer ist denn auf der Toilette? Wer ist denn, bitte schön, auf der Toilette? Das ist ja widerlich. Ii. Iiii. Alter. Iiii. Alter. A little flower, hallo. Oh Gott, die maulende Myrte. Glaubst du? Glaubst du, das ist die Toilette von der maulenden Myrte? Alter, vor allem war es so eine Riesentorte und die lässt man auch noch hier stehen. Ja, und dann frisst sie einen Apfel, weißt du? So eine Riesentorte, aber dann wird ein Apfel gefressen. Okay, ich, also, ich liebe es, ohne Witz. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Deswegen, Leute, lasst euch niemals spoilern bei solchen Spielen. Wenn ihr sie selber spielen wollt. Und solche Momente, wieso kann ich jetzt hier nicht spülen? Ich will sie spülen. Das ging gerade noch. Solche Momente sind einfach göttlich, wenn ihr sie selber erlebt. Das ist einfach zu gut. Jackson, erinnert, wenn man da gerade Platz geschaffen hat, gleich wieder mit Essen auffüllt. Dann stinkt es die ganze Zeit nach Scheiße und dann isst du da deine Erdbeertorte. Uh, und die muft dann richtig. Uh, ist das bei den Jungs genauso? Entschuldigung, das muss ich jetzt rausfinden. Willst du mich verarschen? Ich darf nicht auf die Jungs-Toilette? Ich darf nicht auf die Jungs-Toilette? Was will mir das Spiel damit sagen? Was ist das für eine tolle Idee, liebe Entwickler? Ich darf nicht auf die Jungs-Toilette. Okay, dann verkneife ich es mir halt. Ich zauber mein Pipi weg. Warte. Filibus, Pipimus, Maximus. Okay. Ich habe gerade eben meine Blase entleert. Ich habe eigentlich gar nicht gezaubert. Ich habe einfach nur angefangen zu strullen unterm Tisch. Und das habe dann halt eben so, ne? Also. So, das geht nicht. Warte mal, ich versuche mal. Okay. Also hier muss man das, den, äh, äh, hier, Petrific, nee, Petrifico, total, sage ich schon. Hier, äh, Wutschen und Wedeln. Äh, das Wutschen und Wedeln. Ähm. Es heißt Leviosa. Genau, also Leviosa-Dingsbums machen. Toffi, vielleicht bist du heimlich eine Frau. Ja, heimlich. Ganz heimlich. So heimlich, dass ich das selber nicht weiß. So, da darf ich auch nicht rein. Ist klar. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wir wollen ja eigentlich die Hauptquest nochmal weitermachen, ne? Kann es... Ich gehe gerade weg von der Hauptquest, Leute. Wenn das Air-Up-Prinzip funktioniert, äh, das Geruch gleich Geschmack ist, ist egal, was auf die Torte kommt. Gut, ich sag mal so, äh, wenn du Spargel isst, dann stinkt doch dein Pipi nach Spargel. Das kennen wir ja alle, ne? Oder, 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 oder bei Kohl oder so was. Ähm, wenn du dann wiederum Kohl auf der Toilette isst, ich glaube, das macht dann wirklich keinen Unterschied. Also, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Also, falls ihr irgendwann mal das Bedürfnis haben solltet, auf der Toilette zu essen, bitte esst genau das, was ihr vor Ort zu euch genommen habt, damit der Duft und das Essen harmonieren miteinander. Okay? Lasst euren Kot bitte schön mit eurem Essen harmonieren. Das, das wäre mir echt ein wahnsinnig wichtiges Ding, was ihr in Zukunft beachten solltet. Also, sonst kann ich einfach nicht gut schlafen gehen. Bitte achtet in Zukunft darauf, dass, wenn ihr auf der Toilette esst, dass es vom Duft her, der Duft eurer Scheiße sollte mit eurem Essen kompatibel sein. Ja, okay. Sag es mir, flüstere es mir ins Ohr. Ich will mich nicht ändern. Wie könnte ich bei dir das Gesicht verziehen, wenn ich das purer Freude... Sie soll ihm ganz dreckige Sachen ins Ohr flüstern. Du geiler Schmetterling. Oh, aber er ist weg. Ja, gut, das ist offensichtlich eine Liebe, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Warum wird das jetzt so komisch? Die ganze Zeit war es human. It's minzi, hey. Und Diabetiker können ihren Urin als Softdrick nehmen oder was? Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich damals in der Schule gelernt, dass Diabetes, ein Anzeichen für Diabetes ist süßlicher Urin. Und da habe ich mich immer gefragt in der Schule, wer probiert denn seinen Pipi, um rauszufinden, ob man Diabetes hat? Macht man das regelmäßig, um rauszufinden, ob da alles in Ordnung ist? Ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck. Mal gucken, ob es süß ist. Thema wechseln, bitte. Okay, jetzt reicht's. Wir reden über was anderes. Kotze hätten wir noch immer an dem Geburt. Oh Gott, nee. Flora Mausi, guten Abend. War da nicht gerade noch irgendein Geist oder sowas? Ach nee, das war diese Dings... Ich lasse die mal in Ruhe, ne? Ich will ja eigentlich die Hauptquest machen. So. Wir gucken uns mal ein bisschen weiter hier oben. Oh, ah! Ein Schlüssel! Ein Schlüssel! Warte, ich folge dem Schlüssel. Diesmal wird er mir nicht entwischen. Oh Mann, das ist das fiese an Open World Spielen. Man kann immer so viel machen. Ich muss den richtigen Moment erwischen. Ah, Mann! Scheiße! Das ist so fies! Aber es sieht wenigstens immer schön aus, den Schlüssel zu schlagen. Mann! Auf anzutäuschen! Ah, Mann! Scheiße! Es ist so eine fiese Aktion. Entschuldigung. Ich finde das immer so gemein. Jetzt komm! Ach, scheiße! Ah, jetzt hat er angetäuscht. Verdammt! Ich hasse diesen Schlüssel. Oh, jetzt! Blöder Kack. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Hört auf zu lachen. Ist nicht witzig. Jetzt auf! Mach jetzt! Ja! Das würde mich wahnsinnig wangen. Das ist aber auch echt fies, ne? Das ist wirklich fies. Bin ich schon wieder übrigens asynchron? Ja, ne? Ich glaube, ich bin asynchron. Langsam ist es mir aber auch wirklich scheißegal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist es langsam wirklich sowas von scheißegal. Ohne Toffee wahnsinnig zu machen, aber knackt das bei euch auch. Oh, siehste? Und jetzt knackt es auch noch. Warte mal. Ich höre mal den Ton selber. Warte. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Warte. Warte. Ich muss mal mit jemandem ein Gespräch führen, damit ich das rausfinde, ob das wirklich knackt. Weil aktuell höre ich nichts. Erst seit kurzem. Kann man jemand von euch was reden? Kann man mit euch von euch irgendwas reden? Hier sagt jetzt keiner was. Ihr Un... Ihr Unmenschen. Okay, das war normal, aber... Sag doch mal jemand was. Aber ich höre keinen Knacken im Ton. Oder ist das bei mir? Knackt mein Ton. Also meine Voice. Meine Facecam Voice. Oder wie auch immer. Äh, Mikrofon Voice. Wie auch immer. Aber es ist... Es ist schon... Ne, nur... Nur Game. Ich höre keinen Knacken im Ton. 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 Vielen Dank.